Hi, ich habe schon mal Aufnahmen angemacht, damit ihr seht, wie wenig der Server gerade leckt. Ich baue hier gerade zum 20. Mal das selbe Stück Laub ab. Hey, ich kann hier gerade echt nichts abbauen oder platzieren. Finde ich gut. Hey, ich kann aber. Du zählst nicht. Wow, essen kann ich sogar nochmal. Glückwunsch. Und kämpfen auch. Oh ja, ich brauche ein FS1. Es reif und ich kann Fisch. Zack, ich gebe den Zombie-Lowground. Er hat keine Chance. Ähm, ja, für die Zuschauer. Ich habe jetzt auf Streamen mal den Umzug ein bisschen vorangebracht. Ich bringe jetzt die letzte Fuhre wichtiger Items gerade zu meiner neuen Base. Und danach gehe ich auch mal ein bisschen ins Neppertum. Damit ich nicht ganz so weit hinten bin mit den Fortschritten. Nicht ganz so weit hinten. Ja, ihr seid echt so, Junge. Ich habe so einen Scheißdreck. Und hier so euren fetten Zaubertisch. Ein bisschen Döner. Okay, Döner ist ja mal wichtig. Meine Glücksspitzhacke muss ich natürlich hier auch ablehnen. Ja, wie viele hier spawnen durch diesen Kaxi-Spawner. Ich bin wirklich klar, ich will ja fahren, aber... Ich gehe mit Bruch ständig mit. Zack, mach. Ich kehre mich jetzt nicht ernsthaft, oder? So, ich nehme nur das Wichtigste. Ja, genau. Als ob. Komm, du bist ja in deiner Base. Leg dich mal hin, das ist gerade nachtig. Ich bin gerade auch am liegen. Gut. Stimmt, ich habe mir doch... ...das Ding hier mitgenommen. Den Löwenzahn, um ihn hier zu platzieren. Das Löwenzahn? Ja. Jetzt mal. Nun. Boah, Hilfe, ich will die nicht mehr. Ich gehe jetzt nicht in Snabber. Ich gehe, wie weiß, Gunpowder fahren mit Blueschmerzen. Ich muss cutten. So. Also, ich überlege, ob ich jetzt erstmal in Snabber gehe, oder mir kurz ein bisschen Zuckerrohr klaue, um mir schon mal einen Zaubertisch zu machen. Bro, jetzt geht es mit mir. Was ist? Hier, Kriper. Ich weiß gar nicht, wie viel Gunpowder ich habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich da überhaupt schon was mitgenommen habe. Drei oder so. Also, meine Base ist halt eigentlich ziemlich versteckt, und weil das ja eigentlich nicht so sein soll, habe ich halt eine fette Bruchsteinsäule hier stehen. Boah, stirbt. Der Zombie leidet Höllenquad. Oder egal. Ach, ich muss nicht mal Zuckerrohr klauen, als wäre ich jetzt das nicht zum Jan geworden. Ich muss nicht mal Zuckerrohr klauen, halt. Boah, hier ist voll der coole Punkt. Da kann man voll... Hey, das sieht halt echt aus, wie so ein Schwimmbad mit Klippen springen. Das ist richtig nice. Da ist so ein fettes Becken und eine geile Klippe da drüber. Ach, komm, ich weiß, welchen... Ja, das ist so ziemlich direkt neben meiner neuen Base. Wow, ich bin stolz auf mich. Das ist das erste Mal, das ich mir etwas erarbeitet habe, ohne es zu klauen. Ich stehe da für ein Crafting-Table im Nichts. Wo? Und bei so einem See. Ja, stimmt. Da war ich auch schon mal. Da habe ich auch euch gefragt, ob da einer von euch schon mal war, weil ich den gesehen habe. Ich glaube, da habe ich Leander mal getötet. Ich weiß es nicht. Was? In den zwei Folgen, als er dabei war, die ich nicht mal außer einer hochgeladen habe. Ja, das war auch in der ersten Folge ruhig. Also in deiner dritten Folge. Boah, was hat der Jan bitte gemacht? Was denn? Hast du seine Miene gesehen? Ja, da darf ich nicht rein. Ich weiß. Ich kliere sie gerade nur kurz von einem Creeper. Alter, ich lasse mich doch mal die Creeper, weil ich sie farben gerade kann, Paul, ja. Ich habe Pech gehabt. Ich muss unbedingt Neverwards für die Tränke, was die anbauen. Alter, wie einfach da echt so viele Schafe sind, dass die schon... Ah, nee, hier ist ein Loch im Zaun vor mir an. Ach, deswegen kommen die raus. Ja, hier ist einfach ein Loch an der Seite vom Zaun. Ey, die erbundert sich jetzt ein bisschen hier raus. Sag mal, seid ihr beschränkt? Ja, was denn? Ich laufe da einmal lang und sehe sofort... Oh, das Loch. Und ihr so 20 Jahre lang... Äh, ähm, was machen wir denn falsch? Du sagst es ja auch, du hast irgendwo eine Neverfestung entdeckt. Ja. Ja, cool. Ich laufe jetzt wieder so eine halbe Stunde lang in die falsche Richtung und finde nichts. Soll ich kommen? Geh doch mal zum Neverfort, weil ich zeig's dir. Ja, bin nur noch einen Meter entfernt. Warte, ich komme. Einen Moment. Ihr kommt mit. Ja, der Typ mit seinem verzauerten Equip schon. Ich muss mir auch mal einen Zaubertisch machen. Das Material dafür habe ich jetzt. Und ich bin doch in die richtige Richtung gelaufen. Ich bin grad... Äh... So. Au. Junge, wuff. Jump'n'Run-Skills sind grad vorhanden. Warte kurz. Ich komme in einen Block nicht hoch. Ich muss mich verarschen. Du musst doch auf der Seite hochkriegen. Wow. Alter. Ada. Hi. Jump'n'Run Pro. Ja, jetzt musst du dich so ein bisschen fallen lassen. Ich hoffe, du hast voll Leben. Ja, habe ich. So ein bisschen Kilometer. So ein ganz klein. Da unten. What the fuck. Da. Ich glaube, von hier kannst du runter am besten. Äh, ich gehe lieber von da, wo es nicht so hoch ist, runter. Du Bitch. Es war irgendwie klar, ne? Junge! Diese... Alter. Weg. Weg. Darf ich bitte deine Kirche erschlagen? Ja, aber jetzt ist mal gestorben. Wahrscheinlich. Geil, zwei Blazes und ich bin noch mit einem River-Effekt. Der Günder hat die Spiele mit dem... ...bei Pien. Alles klar. Ha, ich leb noch. Ich bin mit Hilfe gelebt im Kampf gegen... ...zwei Blazes und ein River-Skelett und leb noch. Ich verstehe gerade kein Wort. Die Kirche ist zu scheiße. Ja, aber ja. Äh, ja, stimmt. Kirche ist scheiße. Wer braucht Religion? Ja, ich bin mit einem Top-Meer-Gold. Ja. Danke. Hier liegen einfach randoms... ...zwei Gold-Nuggets. Easy. Anja! Boah, du Pisser. Anja! Alles klar, schießt er erst mal auf mich. Kaffee. Ohne, Ruhe war Skelett. Hallo! Warte, ich kämpfe. Dies, na? Ja, der Ehren hat sich schon alles geklirrt, glaube ich. Stimmt. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Warte. Hier geht es, glaube ich, irgendwo rüber. Ich gönne mir die Kiste, Juga. Nee, du schlägst mich jetzt runter. Ich habe mir die Kiste gegönnt. Ich bin ein Boss. Ich versuche, Neverwarten irgendwie zu finden. Nee, ich nehme mir die einfach bei. Jan hat eh bestimmt welche. Der hat eh so eine fette Farm, die keiner kennt. Ja, wenn nicht, dann nehme ich mir die halt. Nee, nee. Okay, du warst schon mal hier. Da ist rote Wolle verbaut. Äh, ja, ja. Ja, ich habe gesagt, ja. Warum gehe ich eigentlich hin, wenn ich so scheiß Hälfte Leben habe? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nie geklärt werden wird. Ich lebe noch. Ich bin Pro. Oh, kacke, noch ein Spawner weg hier. Ich bin ein Pro, Junge. Alter, wie viel sind denn hier? Ich sage so, ich bin ein Pro und renne dann so fast einfach nur eine Klippe runter. Ja, da war ich auch gerade. Da war ich und habe überlebt und habe gesagt, ich bin ein Pro. Ich finde keinen Müll in der Leber, das ist nicht kacke. Denkst du, ich finde hier gar nichts. Ich habe schon ein Kohlestück mitgenommen. Ich bin gut. Boah, Junge. Was denn? Diese scheiß Kirchenglautten. Ja. Die machen mir Depressionen. Wer ist er, die? Sag mal, kann es sein, dass diese Festung halt so richtig schlecht ist? Ja. Und hier eigentlich so gar nichts ist? Ja. Oh mein Gott, Magma Slime. Magma Slime ist ein Scheiß. Ich weiß. Es war auch nur so ein ganz winziger. Also ich glaube Slime-Pie-Pie findet die nicht scheiße. Wehe. Boah. Hey, der gönnt sich das jetzt ein. Und dann gönne ich mir die andere. Die bringen halt schon ein übler Paar. Dein Ernst? War das Absicht oder bist du dumm? Absicht. Natürlich Absicht. Was für natürlich. Dir traue ich es zu, dass du einfach mal runter rennst. Wer mir vorhin auch was passiert. Ich bin in die Kurve und dann war da plötzlich nach einem Block eine Klippe. Also im Video sieht man wieder mit was für einem Pro ihr es hier zu tun habt. Ich versuche über einen Block Lava zu springen und schaff's nicht. Ich muss mal Kohle und Dings fahren gehen. Kohle habe ich ein bisschen was. Ich glaube ich verbrenne. Ah nee, doch nicht. Ich habe echt nichts mehr an Kohle. Das ist halt irgendwie komisch. Oh kacke, mein Helm ist kaputt. So ein Eisen habe ich noch so ein 1,5, 6. Mein Helm ist einfach kaputt. Jo, meiner nicht. Ja, ich habe halt Eisen normal gehabt. Ich habe auch Eisen. Ja, aber ich habe meinen auch schon ewig. Ich kann mir auch meinen. Auf meiner Seite momentan man halt verzaubert. Ja, noch ein Grund. Ich habe noch gar nichts verzaubert. Ich finde es immer noch arschig, dass ihr einen Zaubertisch macht und mich ausschließt. Ja, das steht nie online. Wow, sorry, dass ich ein Leben habe. Ja, ich nicht. Ja, eben. Ich aber. Ich mache jetzt die beste Art Suizid. Ich habe 1,5 Perzen und hier stehen 20 Zombie-Pigmen rum. Flucht. Ja, die ganze Armee ist hinter mir her. Ey, ich mache jetzt den besten aller Zeiten. Da ist so eine ganze Armee Zombie-Pigmen hinter mir her und ich spring gleich von der Klippe. Oh, hier ist ein Klippe. Alter, da sind drei Klippe einfach. Ja, kommt. Sammelt euch. Sammelt euch. Schießt mal so eine Loa auf mich. Komm. Kommt mir hinterher. Ich weiß nicht, ob sie hier Suizid begangen haben. Nee, ich versuchte nach Lava. Nach Lava zu schwimmen. Okay, ich versuchte also nach Lava zu schwimmen. Nicht in, sondern nach. Ja, nach Lava. Das ist ein Land. Ja, meine Kiste ist halt schon wieder voll. Okay, ich glaube, ich kann mal das ein Steinschwertchen verbrauchen. Das hat noch einen ganzen Punkt Haltbarkeit. Ich baue damit hier jetzt einfach das ab. Oh ja, und ich brauche einen neuen Helm. Ich vergesse ihn. Oh, diese Kackfledermaus. Diese Kackkirche. Ja, sorry. Du bist schuld. Jetzt Gottesdienst. Sorry. Boah, Junge. Kann Gott nicht mal ruhig sein, während wir aufnehmen? Ich bin religiös, verdammte Scheiße. Aber nur, wenn Gott mich nicht beim Aufnehmen stört. Aber für die heutige Folge war es das wieder mit eurem PvP und Minecraft Survival Pro Günther, der es nicht schafft, über ein Block breite Lava zu springen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und fresse da hinten. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.